Freunde, ich habe sieben andere YouTuber gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mit mir ein paar Runden Among Us zu spielen. Und Freunde, das haben wir dann auch getan und ich sage euch eins, das Ganze war sehr, sehr sass. Deswegen schreibt jetzt mal in die Kommentare, Hashtag Suus. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann liked den Kanal und abonniert das Video. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Hallo, Freunde, die erste Runde startet und ich bin einfach Imposter mit Bapo. Okay, 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 mal gucken, Freunde, wir müssen erstmal so tun, als wären wir natürlich kein Imposter. Wir tun einfach so, als ob wir hier irgendwelche Aufgaben machen. Ich bin jetzt kein Imposter-Profi oder generell kein Among Us-Profi, aber ein bisschen weiß ich schon. Man kann auf jeden Fall hier irgendwie was sabotieren oder sowas. Ähm, was klicke ich hier jetzt an? Einfach mal das hier. Okay, Freunde, ich habe jetzt... Oh, oh. Äh, warte mal. Karn ist schon gestorben. Okay, okay, okay. Okay, ich weiß 100% wer es war. Ich habe gesehen, dass Bapo Karn umgeschnitzt hat. Oh mein Gott. 100% Inelektiv. Das glaube ich dir, Junge. Ich weiß nicht mehr, wie das steht. Das glaube ich dir. Das glaube ich auch. Nein, warum votet ihr alle? Warum sollte ich überhaupt da gewesen sein? Du bist Hass, ich kenne dich, du bist mein Zwillingsbruder. Wenn es stimmt würde, wäre das echt ein richtiger Snitch-Move. Okay, Freunde. Was soll ich euch sagen? Ich bin jetzt einfach alleine, Imposter. Oh man, Bapo ist so schlecht und hat sich einfach erwischen lassen. Freunde, das ist unmöglich. Ich muss jetzt sechs Crewmates oder so umbringen. Oder fünf? Ich weiß es gar nicht. Okay, Freunde. Was machen wir jetzt einfach mal hier? Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein und warten, bis jemand auch hier reingeht. Und dann mache ich die Türen zu, Freunde. Ich sage es euch. Moment mal. Wir tun einfach so, als ob wir hier eine Aufgabe machen. Aber irgendwie kommt hier niemand rein, Mann. Ey, wo sind die alle? Hä, ich sehe wirklich niemanden, Freunde. Das wird mir ein bisschen zu sass. Naja, okay, okay. Das A-Bock. Das Vitamine. Okay, Freunde. Wir laufen einfach mal hier entlang. Oh, das A-A-Ray, Freunde. Wir tun einfach mal so, als ob wir nichts gesehen haben. Wir machen nichts, bla, bla, bla. Oder ich schaue mal hier in diesem Raum nach. So, okay. Wo befinden die sich alle? Ähm, ja. Hier sehen wir jetzt irgendwie auch nicht so viel. Oh, warte mal. Da ist Vitamine da oben. Hm, wo läuft der hin? Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus bei der Map, Mann. Naja, ist hier vielleicht jemand? Nö? Oh, Mann, ey. Ich glaube, es wird Zeit für die nächste Sabotage, Freunde. Und zwar machen wir das einfach mal hier im Electrical-Raum. Oh, oh, Freunde. Wir laufen jetzt einfach mal da hin. So, hier schön nach unten laufen. Ich hoffe mal, da ist jetzt irgendjemand. Und hier sind Emily, Vitamine und A-A-Ray. Okay, okay, Freunde. Wir laufen jetzt wieder zurück. Hä, ich weiß wirklich gar nicht, was ich machen soll, Freunde. Ähm, ist hier irgendwo jemand? Oh, oh. Hä? Die Tür ist zugegangen. Leute, das ist nicht so gut. Ich weiß wirklich nicht, wen ich jetzt hier umschnetzeln soll. Soll ich jetzt schon jemanden umschnetzeln? Moment mal, Freunde. Ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. So. Dup, dup, dup. Und, oh mein Gott, ich habe Danja gekillt. So, wir laufen weg. Und komm, am besten. Wo gehen wir hin? Äh, hier. So. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt hier nach unten. Dup, 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 dup. Und, oh mein Gott, hier liegt eine Leiche. Ich habe sie gefreundet, Freunde. Oh mein Gott. Also, Danja war bei mir einmal sus. Ich dachte, sie wäre es. Okay, ich weiß nicht, wer es ist. Okay, ich muss sagen, ich kann Emily schützen, weil ich die gerade eben noch gesehen habe. Ich habe die auch gerade gesehen. Ja, Emily war es nicht, weil die hat nämlich auch immer killen können. Ich war auf dem Weg zur Communication. Da habe ich Emily gesehen. Also, ich habe auch A-A-Ray und Vitamine gesehen. Tja, dann bleiben noch A-B-Ock und Lamy übrig. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich Lamy unnormals. Also, auch irgendwie, keine Ahnung, richtig komisch. Lamy, wo hast du die Leiche gefunden? Unten rechts. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall ganz unten rechts. Und du warst ganz alleine dort. Da wollte ich gerade hinlaufen. Ich bin gerade, glaube ich, an A-B-Ock vorbeigelaufen. Das ist eine Lüge. Hä? Ich war unten links. Bei Electric, äh, nee, Electric ist das nicht. Ich war unten links und dann wollte ich nach unten rechts laufen. Nein, ich habe dich da gesehen bei Scan. Ich habe dich bei Scan auf jeden Fall gesehen. Hä, was ist denn Scan? Nein, das ist doch oben in der Mitte irgendwo, ne? Ja, Mad Bay, oder wie das heißt. Da war ich nicht. Hä, da warst du natürlich, Mann. Oh, oh. Lüger. Du hast irgendwie ein bisschen Zeit. Oh, oh. Emily, stehe zu mir, bitte. Ich habe Lamy gewartet. Ich vote auch Lamy. Emily, dann vertraue ich dir nächstes Mal auch. Lamy, was hast du davor gemacht? Hä, ich war bei euch allen. Was wollt ihr von mir? Du lügst. Bei Electric war ich doch. Ich weiß es nicht. Naja, ich skipp auf jeden Fall mal. Okay. Ja, 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 sass. Also, ich habe Lamy gewählt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bistikowski, Lamy. Also, ich habe auch geskippt. War eine gute Runde auf jeden Fall. So, jetzt sehen wir es. Nein. Ja. Let's go. Ey, Lamy, warum bist du direkt gekommen, ey? Ich bin so schlecht als Imposter. Sehr gut. Ich bin auch viel schlechter. Das war so auffällig. Und, Freunde, diesmal sind wir Crewmate. Okay, Freunde. Wir versuchen es einfach mal als, ähm, ja, Crewmate. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall besser dran als Imposter. Freunde, ich habe es euch gesagt. Ich bin wirklich kein guter Imposter. Ja, so, hier vorne ist eine Aufgabe. Hä? Was ist das denn hier für eine Aufgabe? Ey, Pizza Salami. Oh, Mann. So, okay, aufgeräumt und fertig. So, die nächste Task ist erledigt, Freunde. Bis jetzt habe ich auch noch keinen gesehen, der irgendwie ein bisschen sass ist. So, dann machen wir das hier einfach mal. Downloaden ein paar Lamy-Videos und fertig. Fertig. Ja, let's go. Okay. So, okay. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Leute. Okay, Freunde. Hier sind jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viele. Karnes hier, Vitamine, A-Bock. Okay, okay, Freunde. Wir gehen mal ganz kurz weg. Tun so, als ob wir weg sind. Aber dann gehen wir wieder zurück. Und, oh, okay. Hier sind immer noch keine Leichen. Na gut. Hätte ja sein können, dass Vitamine oder A-Bock diesmal der Imposter ist. Und, hör, das ist ein Diamant. Naja, weg mit dir. Und, so. Perfekt. Okay. Okay, A-Bock hat auf jeden Fall gesehen, dass ich den Müll hier weggemacht habe. Okay. Und A-Bock hat das gerade auch gemacht. Okay. Das heißt, A-Bock und ich sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nicht sass. Ja, wir sind safe. Oh mein Gott. Hier ist eine Leiche. Und. Oh mein Gott. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Wir machen mal diese Sch*** auf. Lamy, wo hast du sie gefunden? Bei Electrical. Und ich kann auch sagen, A-Bock ist auf jeden Fall nicht der Imposter. Und du kannst es auch sagen, oder? A-Bock ist safe. A-Bock ist safe. A-Bock ist safe. Also, ich muss dir erstmal was sagen. Kahn ist vor mir stehen geblieben und nicht weggerannt. Das fand ich extrem stark. Also, wie ich den Kahn auch sah. Kurze Sache. Warte, stopp, 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 stopp. Warte, 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 warte. Ganz kurz. Ray, ich weiß nicht, was du da die ganze Zeit gemacht hast. Aber du bist die ganze Zeit bei Navigation stehen geblieben. Wo warst du denn jetzt zuletzt eigentlich? Jaja, du warst mir ganz komisch irgendwie, weil ich war mit Danja einmal bei Electrical und dann bist du da einfach aus dem Nichts hergekommen und ich wusste nicht, ob du gewendet bist oder nicht. Deswegen war ich ein bisschen... Also, A-Bock ist für mich safe. Also, ganz ehrlich, Kahn hat in den letzten 10 Sekunden niemanden gekillt. Das muss ich sagen. Kurze Sache. Ich muss sagen, Kahn kann ich auf jeden Fall saven, weil ich stand die ganze Zeit in den Cam. Danke schön. Ich bin auch extra vor die Cam gegangen, wo Ray kam und Ray hat sich aus dem Grund auch nicht getraut. Nein, nein, ich hatte nur so Angst vor dir, deswegen habe ich Abstand gehalten. Ja, als ob. Für mich bist du safe. Ich glaube, ich habe Lamy und Vitamine gesehen in diesem Raum mit dem Tisch. Also, ich kenne Bapo jetzt ja schon seit über 20 Jahren, weil das mein Zwillingsbruder ist. Wenn er nichts sagt, ist er safe. Der war die ganze Zeit zu ruhig. Also, wie gesagt, Kahn... Aber ich wote erst mal Skip, weil ich weiß es halt nicht. Ich müsste nur raten. Also, Lamy kann ich den ganzen Anfang saven, Kahn kann ich danach am Ende save. Weil ich den durch die Camps gesehen habe. Und Ray TV ist halt die ganze Zeit von irgendwelchen Camps da hin und her gerannt. Ich skippe und wenn das Bapo da noch sass ist, dann fliegt er raus. Also, ich sage, Kahn und Vitamine, ihr seid ziemlich sass diese Runde. Ja, Lamy, du warst ein bisschen ruhig, muss ich ehrlicherweise sagen. Nein, 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 nein. Freunde, ich sage es euch. Ich glaube wirklich, dass Kahn und Vitamine im Poster sind. Da könnt ihr mir wirklich glauben. So, oh, okay. Okay, äh, hier wurde irgendwas sabotiert oder so. Keine Ahnung, wir gehen erstmal Electrical und machen da unsere Mission. Hier, Moment mal. Ganz genau. Hier, komm her, Tosk. Ah, okay, Freunde, ich glaube, wir müssen uns mal hier um diese Sachen kümmern, sonst piept es die ganze Zeit. So, zack. Okay, ich glaube, ja, jetzt hat es aufgehört zu piepen. Let's go. Okay, wer ist hier alles bei mir? Ich weiß gar nicht. Oha, Kahn, A-A-Ray, Vitamine, alle sind hier. Okay, okay. Moment mal. Kahn und Vitamine? Warte mal. Oh, oh. Hä? Kahn? Ich hätte mal eine Frage. Ja, wow. Okay. Äh, warte, erste Frage. Äh, Bapo, wo du bei Admin reingelaufen bist, war Vitamine schon da oder noch nicht? Der war schon da. So, äh, ich glaube, dass Vitamine, äh, ein Imposter ist, weil der wollte, glaube ich, damit abwarten, dass die Sabotage abläuft, weil dann hätten sie die Runde gewonnen und wo er Bapo gesehen hat und auch uns, beziehungsweise wo er Bapo gesehen hat als erstes, hat er den Code noch eingegeben. Wären wir nicht gekommen oder Bapo, hätte er den Code nicht eingegeben und damit hätten wir verloren und damit ist für mich Vitamine ganz sass. Uh. Ich glaube dir. Kahn, du bist ein Pro. Okay. Okay. Aber ich kann dazu sagen, ich habe auf jeden Fall zweimal die falsche Nummer eingegeben, deswegen ist das passiert. Mehr kann ich dir nicht sagen, ob du mir glaubst oder nicht. Also ich sag das. So gut, ist auch keiner gestorben gerade. Aber ich meine, ich wollte gerade sagen, sonst hätte mir doch schon längst jemand umgeschnetzelt, wenn ich jetzt Imposter wäre, oder? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt irgendwie Kahn, ich dachte, Kahn ist auch Imposter, aber wenn Kahn das jetzt so erklärt, dann denke ich eher, dass Vitamine und Bapo Imposter sind. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Also Bapo ist, der ist so leise. Ich habe die Runde Vitamine. Wer war denn bei dem ersten Code? Ich habe den eingegeben und dann kam da noch irgendein blauer Kahn auf die Ecke. Äh, nö, ich kam auch nicht. Und, äh, Ray. Okay, okay. Das Ding ist, Kahn hat mich vorhin nicht gekillt. Das hätte er machen können. Also ich glaube, Kahn ist nicht Imposter. Ja, ich bin es ganz bestimmt nicht. Ich muss natürlich auch sagen, Lamin ist super ruhig und das macht ihn auch extrem sass. Hä? Der sagt die ganze Zeit immer nur, dass ich das bin. Ich wette gleich, ist Bapo, der so sass. Aber erst habe ich Vitamine gewotet. Aber was ist, wenn Kahn auch Imposter ist, aber trotzdem sein Imposter-Kollegen verregt? Ja, aber er hätte mich akklingen können. Weil der ist noch nicht gestorben. Kann natürlich auch sein. Naja, er ist gebraut einfach mal. Okay, Freunde. Das ändert jetzt auf jeden Fall einiges. Ich dachte wirklich, dass Kahn und Vitamine Imposter sind. Aber jetzt war Kahn irgendwie nicht mehr so sass. Also ich denke mal immer noch, dass Vitamine auf jeden Fall ein Imposter ist. Aber bei Kahn bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Könnte aber trotzdem sein, dass er Imposter ist und einfach Vitamine als Imposter-Freund verrät oder sowas. Naja, wir warten einfach mal ab. Wo habe ich noch meine... Oh. Oh, oh. Warum stirbt jemand? Junge, das haben wir voll gesehen. Das war ja ein bisschen auffällig, oder, Bapu? Äh, was? Wenn Bapu so lacht, ist das ehrliches Lachen. Bapu, was ist los? Junge. Da waren so viele Leute. Boah, das Problem ist, Lami, ich war gerade bei Weapons und die haben bei Weapons gekillt. Aber ich habe nicht gesehen, ob es Bapu oder Vitamine war. Hä? Weapons ist doch oben rechts, ne? Wir waren oben rechts, Evo. Da waren so viele Leute. Da war ich aber auch, da habe ich gerade einen Task gemacht. Dann wollte ich nach unten gehen, weil ich auf einmal einen neuen Task hatte. Und ich bin gerade in die Cafeteria in dem Moment gegangen. Und dann habe ich gesehen, dass jemand gekillt hat. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist Vitamine weiterhin, weil so ein Pro-Move würde sich Bapu nicht trauen. Aber Vitamine schon. Bapu, ich weiß nicht genau, wer da war. Ich weiß nicht genau, wer da war. Ja, es war halt, Ray war da, Vitamine war da, kurz mit mir. Wir waren ja zu dritt die ganze Zeit unterwegs. Da kam Bapu. Ich habe Weapons gemacht. Und dann kamst du aber auch von oben, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte oben einen Task fertig bei Weapons und dann hatte ich auf einmal einen neuen Task. Welche war das denn? Ja, okay. Ich kann aber auch saven und es kann nur Kahn oder Bapu gewesen sein, weil ich in die Cafeteria in dem Moment gelaufen bin. Es ist Vitamine. Safe, Vitamine. Also ich glaube, dass Kahn das war, Junge. Der stand da direkt in dem Leben. Ich glaube auch, Kahn war das. Ich glaube eher Vitamine war das, diese Runde. Ich glaube auch, Vitamine. Und damit fliegt Vitamine aus dem Raumschiff. Aber, Freunde, wir wissen immer noch nicht, ob er wirklich jetzt ein Imposter war oder wer der zweite Imposter ist. Oh Gott, oh Gott, jetzt ist alles so dunkel, hä? Okay, Freunde, wir müssen auf jeden Fall hier erstmal diese Task machen. Okay, let's go. Oh, ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht abgeschnetzelt hier von hinten. So, okay, perfekt. Es ist wieder hell. Okay, wir brauchen nur noch zwei Tasks, Freunde. Das schaffen wir doch easy peasy. So, äh, was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Abonniert den Kanal, Freunde. Let's go. Hau auf, Freunde. Wir sehen Kahn hier. Nein. Oh nein. Ich dachte schon, er schnetzelt mich um. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Er ist es, glaube ich, nicht. Er hätte mich jetzt umschnetzeln können. Er ist auf jeden Fall jetzt safe. Okay, okay. Wer ist also der zweite Imposter? Ich denke mal, das muss... Hä, warte mal, stimmt. Wer ist der zweite Imposter? Keine Ahnung, Freunde. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall alle meine Tasks erledigt, oder? Hä, neue Tasks? Ah, wir müssen erstmal Electrical machen. So, zack, 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 zack. Und Kahn ist wieder hier. Nein. Nein. Wir sind mit Kahn in einem Raum. Oh oh. Oh oh. Nein. Okay, Freunde. Ich glaube, Kahn ist wirklich kein Imposter. Er hätte mich wirklich jetzt umschnetzeln können. Na gut. Dann ist Kahn für mich safe. Das heißt, Bapu ist der zweite Imposter, Freunde. Kannst du die Tür aufmachen? Hallo. Okay, danke schön. Wir gehen mal hier ganz kurz gucken. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Nein. Schon wieder Electrical. Oh Mann. Okay, Freunde. Wir gehen einfach mal ganz kurz dahin. Ich hoffe mal, da ist jetzt niemand tot. Oh oh. Da war Bapu. Bapu ist es. Oh mein Gott. Ich habe es gesagt. Es war so klar am Ende, ey. Ich will nur mal kurz betonen, dass Bapu den Tod gemacht hat an dem. Ja. Und. Oh mein Gott, Freunde. Wir sind wieder Imposter. Diesmal mit Kahn. Okay, 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 Freunde. Diesmal hauen wir auch direkt drauf. So, wir machen direkt eine Sabotage bei Electrical. Geht das nicht? Okay, geht noch nicht, Freunde. Ich bin, wie gesagt, ein Mega-Nood. So. Wir gehen einfach mal hier hin. Hier bei Electrical. Und dann sabotieren wir. Okay. Jetzt haben wir eine Sabotage gemacht, Freunde. Und jetzt kennen wir auch direkt jemanden. Moment. Ich hoffe mal, hier kommt jemand rein. Äh. Hallo? Kommt da jemand? Oh, das ist Kahn. Oh oh. Oh oh, Freunde. Der ist mein Imposter-Freund. Okay, Freunde. Das ist gut. So. Weg mit Danja. Und weg mit mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh. Äh. Wo soll ich hin? Hier einfach. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt einfach mal hier zu den Camps hin. So. Okay, da läuft Emily lang. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. Wir gehen einfach mal hier hin und machen. Wir tun einfach so, als ob wir unsere Tasks hier machen. Alles schön und gut. Aber wie wäre es mit der nächsten Sabotage? Hier. Okay. Let's go, Freunde. Dann wollen wir einmal hier hingehen. Wir tun, als ob wir hier irgendwas machen und warten einfach, bis hier jemand reinkommt. Ich hoffe mal, es kommt jetzt nicht Kahn hier rein. Oh, da ist Vitamine. Da ist Vitamine, Freunde. Soll ich ihn umschätzeln? Ja, Freunde. Wir machen das einfach. Weg mit Vitamine. Wenden. Na los. Oh mein Gott. Wenden. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt hier rein. Hier rein. Und. Hä? Das war es schon? Juhu, das war so langweilig. Keiner ist rübergegangen. Ich habe mir gedacht, dass jemand anders macht das. Das war ja mega easy. Das war ja zu einfach, Lami. Hä? Alter. Wie schlecht waren die Crew-Mails? Da ist Kahn schon mal Imposter und dann darf man niemanden gehen. Ja, also einfacher geht es nicht. Und, Freunde. Wir sind Imposter mit A-A-Ray. Okay, 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 Freunde. Diesmal will ich auf jeden Fall, das kannst du natürlich wieder gewinnen. Aber nicht so schnell wie gerade die Runde. Es war ein bisschen zu schnell. Aber trotzdem würde ich einfach mal so sagen, den kleinen Bapo, den legen wir immer ganz schnell um. So. Und wisst ihr was, Freunde? Ich reporte den direkt. So. Wie schnell ging das denn? Ähm. Ich habe es gesehen. Oh. Oh. Was? Ich habe es gesehen. Oh. Okay. Möchte die Person das selber sagen? Oh. Hä? Okay, ich war es. Was? Jetzt wirklich? Einfach so? Ah, oh, Ray. Ich habe es gesehen. Ach so, ah, ah. Ich war in Camps. Nein, nein, nein. Was? Ah, oh, Ray. Ich habe es gesehen. Wir waren am Anfang zusammen. Ich bin in Camps gegangen und dann war Lamy auf einmal weg und Bapo war bei Lamy. Das weiß ich auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Wir können jetzt nicht. Ah, oh, Ray. Wer glaubt. Ich habe gar nichts gesehen. Ich war bei diesem komischen Geldtast. Da haben wir eine Karte. Ich skript. Ihr könnt mich alle voten. Ich skript. Aber. Also, ich kann Abbaok und Emily beide saven auf jeden Fall. Die sind das nicht. Wir sind losgelaufen mit Bapo. Ah, ah, Ray. Ja, genau. Hat direkt Bapo rumgeschmesselt und ist ins Camps gelaufen. Wenn du lügst, ne? Oh mein Gott. Ich wollte dich jetzt einfach. Okay, 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 okay. Also Lamy, dass du diesen machst, hätte ich nicht gedacht. Ich skippe einmal. Wie? Wie ihr jetzt alle glaubt. Wartet doch mal ab hier. Was? Wirklich? Glaub mir. Tschüss. Glaub mir. Also das schmerzt. Minus einem Poster. Okay, Freunde. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich gerade, glaube ich, den ehrenlosesten Move überhaupt gemacht. Naja, ich hoffe mal. Ray, das verzeihst du mir. Aber ich muss auf jeden Fall noch diese Runde holen. Egal, was wir dafür machen müssen. So, das machen wir einmal ganz kurz. So, und killen. Oh, Vitamine. Oh nein, 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 nein. Mist, wir hätten den fast bekommen. Okay, jetzt bekommen wir den einfach mal. So, dann wenden wir mal ganz kurz weg. Ganz genau. Oh, oh. Äh, da können wir nicht hinwenden. Hier hin. Oh, weia. Ich hoffe mal, wir wurden jetzt nicht in den Camps gesehen. Doch, ich glaube, wir wurden gesehen von der lieben Emily. So, wir gehen mal auch ganz kurz Camps. Gucken das hier mal an. Okay, ich hoffe mal, dass die Emily... Nein, nein, nein. Die läuft jetzt, glaube ich, zum Knopf, oder? Nee. Hä? Okay, Freunde. Ich glaube, noch sind wir safe. Noch sind wir safe. Wir machen eine kleine Sabotage bei Electrical hin. So, ich glaube, die sollten jetzt alle geblendet sein und sehen nicht so viel. Dann gehen wir einmal hier hin. Oh mein Gott. Und reporten das einfach mal. Okay, wer ist tot? Vitamine. Ähm, Lamy. Lamy? Lamy hat schon wieder gefunden. Das ist das. Warte mal. Zweimal gefunden. Nein, 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 nein. Hört mir zu. Nein, ich werde dir nicht mehr zu. Äh, Electrical. Und da war die Leiche neben Emily und Danja. Ihr habt gerade gesehen, dass ich selber reingelaufen bin. Also, Emily kann ich saven, weil Emily ist mit mir am Anfang direkt zur Admin-Task gegangen. Und ich bin gerade dazu gekommen. Lamy stand direkt über der Leiche. Emily stand beim Licht. Ich habe mal ein Argument dagegen. Emily ist zuerst reingelaufen. Hat Lamy A-Ray beschuldigt und jetzt ist A-Ray tot. Und Lamy haben beide mal die Leiche gefunden. Ich votele. Ich vote Lamy. Lamy. Ich glaube, es ist Lamy. Aber hast du nicht gewotet? Ja, ich habe dich gewotet. Ja, natürlich. Weil du hast zweimal die Leiche gefunden. Zweimal die Leiche gefunden und A-Ray ist tot, obwohl du ihn beschuldigt hast. Ihr wollt mich freuen, oder? Du hast vorhin gesagt, du bist der Einzige mit A-Ray gewesen und jetzt ist A-Ray tot. Wer bleibt denn noch über? Du hast dich doch selber belastet. Aber A-Ray wurde rausgewotet. Ach, stimmt. Der ist nämlich tot. Storben ist gerade Vitamine. Storben ist Vitamine. Also guck mal, Emily. Emily, hör mir mal zu. Emily, wir waren... Nein, hör nicht Lamy zu. Wir sind gerade in Electrical gelaufen. Du bist neben Vitamine einfach vorbeigelaufen. Ich habe keine von euch gesehen. Ich habe das ganz alleine gemacht mit dem Licht. Und dann sehe ich, wie Lamy auf der Leiche ist. Lamy, Leute, es tut mir leid. Was ist das für eine Aufgabe? Keine Ahnung. Also ich hatte sie. Ich war da gerade noch mal eine Minute. Ich war gerade bei Electrical und wollte das Licht wieder anmachen. Tut mir leid, Lamy. Okay, ihr habt nicht alle gewartet, ne? Ja. Ja. Okay. Ich bin nicht der Imposter. Kann ich euch sagen. Nein. Lüg mir. Danja. Dann ist Danja. Ich bin es nicht. Ey, wer war denn? Wir sind aber noch zu dritt. Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Ja, okay. Ey, Lamy. Ja. Dass du diesen machst, hätte ich dich nie gedacht. Ja, sorry. Wie kann das denn sein? Was? Ah, ah. Und du? Ja. Alter, Lamy. Was machst du denn? Oh mein Gott. Wie ist das los? Das ist ein Snitcheier. Ich dachte, jetzt glaub mir jeder, Mann. Oh mein Gott. Ich bin das erste Mal dabei und werde direkt so verraten. Oh mein Gott. Ey, schließend. Ja, gut. Das war echt gut. Okay, Freunde. Und in dieser Runde sind wir Crewmate. Oh Mann, ey. Wie langweilig ist das denn? Naja, Freunde. Wir versuchen einfach mal so schnell wie möglich den Imposter zu finden. Ich glaube, das sollten wir doch hinbekommen. Oder? Oder, Freunde? Weg erstmal hier. Oha. Direkt schon eine Sabotage hier am Start. Moment, Moment, Moment. So. Dann machen wir das mal. 7, 0. 7, 8, 1. Okay. Let's go. Okay, Daniel und Emily sind bei mir. Ich glaube, die sind safe, oder? Ja, doch, doch, doch. Okay, die Mädchen hier in der Runde sind safe. Glaube ich mal. Also fürs Erste. Okay. Abog und Emily sind jetzt bei mir. Vitamin ist da auch noch. Oha, oha. Ziemlich viele Leute auf einem Fleck. Ich gehe mal hier direkt zur nächsten Task. Äh. Ah, der streichelt einfach nur seinen Hund oder so. Okay, Freunde. Wir machen mal diese Task hier. Und. Kutsching. Und damit haben wir jetzt 1000 Bowbugs gekauft. So. Mir fehlen auch nur noch 3 Tasks. So wie es aussieht. Dann gehen wir mal hier hin. Brauchen wir nur noch das hier. Zack. Easy peasy. Dann nur noch 2 Tasks. Und wir sollten dann eigentlich fertig sein. Okay. Let's go. Und dann hier ist noch eine. Und. Boom. Let's go. Und die letzte Task ist hier. Was müssen wir hier nochmal machen? Aha. Okay. Oho. Schon wieder die nächste Sabotage. Moment mal. Hä? Wo müssen wir hin? Keine Ahnung, Freunde. Hey. Was? Was? Oh mein Gott, Freunde. Habt ihr das gesehen? Tanja war also Imposter. Oh Mann. Die Mädchen waren. Die Mädchen waren also doch nicht safe. Und hier. Warte mal. Hier ist ja noch eine Leiche. Das war A-A-Ray. Oh oh, Freunde. Oh. A-A-Ray ist tot. Und. Was? Tanja und Vitamine waren Imposter. Oh Mann. Und. Ja. Hä? Schon wieder mit A-A-Ray? Okay, Freunde. Ich hoffe mal, der dreht sich jetzt nicht an mir und killt mich jetzt. So wie ich das gemacht habe in der Runde vorhin. Naja, Freunde. Wir gehen mal direkt hier hin und tun so, als ob wir hier irgendwas machen. Ich weiß nicht. Was ist das für eine Task? Ach, keine Ahnung, Freunde. Es wird Zeit für eine Sabotage bei... Ja, genau bei mir, Freunde. So. Und dann gehen wir einfach mal so hier hin und machen diese Aufgabe einfach mal direkt. So. Eins. Drei. Acht. Sieben. Und die letzte Zahl heißt zwei. So. A-Bog hat jetzt gesehen, dass wir diese Task gemacht haben. Das heißt, wir sollten ja eigentlich jetzt für ihn safe sein. Oder nicht? Äh, keine Ahnung, Freunde. Ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen Raum rein. Ist hier irgendwo jemand? Nee. Okay, scheint nicht so. Wie vielleicht bei Electrical. Oh, hier ist nur Vitamine. Nee, den lassen wir erstmal in Ruhe, Freunde. So. Und wir tun wieder so, als ob wir irgendwas hier an Tasks machen. Zack. Okay, das reicht auch schon. Okay, wo ist eigentlich A-A-Ray? Hä? Hallo? Ist hier irgendeine Leiche? Ich weiß nicht, ob A-A-Ray jetzt schon irgendjemanden gekillt hat oder nicht. Keine Ahnung, Freunde. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Oh, warte mal. Da vorne war A-A-Ray. Vielleicht wäre es besser, wenn wir sogar mit ihm zusammen rumlaufen. Moment mal, Moment mal. Wo ist er jetzt hingelaufen? Hallo? Ah, hier ist Vitamine. Okay, Freunde. Das heißt, Vitamine ist safe. Babo, ich bin hier jetzt hergelaufen. Du warst mit Emily. Ja, du bist voll... Ach, das war es Danja, die ist tot. Okay, Danja ist tot. Ich dachte, du, Emily wäre tot. Also, Danja lag wieder unten rechts. Das Ding ist, wer kam mir jetzt eben entgegen? Ich habe eben so viele zusammengesehen. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Aber auch unten. Ich fand es zuletzt bei dir, Emily. Aber auch, der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Aber auch, A-A und Bapo zusammengesehen. Also, Vitamine ist auf jeden Fall safe. Der hat gerade dieses Check-Ding-Sabumse gemacht. Ja, genau. Und Lamy statt neben mir. Lamy hätte mich töten können. Ja. Also, ich war eigentlich relativ lange mit Danja unterwegs. Dann ging das Licht aus. Und dann war sie auf einmal weg. Das heißt, ich weiß nicht, wo sie hin ist. Also, du hast sie umgebracht. War auch lange bei mir. Ja, ich bin am Anfang... Könnte nur Fake-Task gewesen sein. Nee, ich bin am Anfang, habe ich gesagt, ich muss jetzt mich an Emily kleben, solange bis sie das Beste kommt. Du warst ja bei Electrical. Hast die ganz recht die Aufgabe gemacht, ne? Das mit dem Tisch. Da oben waren drei Aufgaben. Links, Mitte und rechts. Ja, und die ganz rechts hast du gemacht, ne? Ich habe die ganz rechts gemacht. Okay, und was war das für eine? Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Nein, weißt du nicht mehr? Also, ich bin Bapo hinterhergelaufen. Er war auch nur ganz kurz bei dem Task. Ja, dann haben wir die beiden. Also, ihr könnt mich gerne rauswohnen. Ich kenne das Spiel nicht so richtig gut. Deswegen weiß ich nicht mehr, welcher Task das war. Kann ich dir nicht sagen. Aber Lamy kann sich natürlich auch Fake-Vertrauen bei Vitamine aufbauen. Hä? Also, ich finde Abo-A und Sass. Aber Emily, dass du mich jetzt so behauptest, finde ich auch irgendwie komisch. Das ist das erste Mal, dass ich spiele. Deswegen vote ich dich jetzt. Es gibt einfach mal keine Ahnung. Wenn ich dich gebotet habe. Okay, danke schön. Ganz komisch. Okay, Freunde. So wie es aussieht, sind wir diese Runde wirklich gar nicht sass. Ich glaube, Abo und Bapo verhalten sich diese Runde ein bisschen sasser. Das ist gut, Freunde. Oh, oh, Freunde. Ich glaube, es wurde sabotiert, oder? In Electrical. Freunde, wir laufen einfach mal dorthin. So, kommt alle mit. Hier, Electrical. Und dann lösen wir das Ganze. Okay, Freunde. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Sollen wir Abo töten oder nicht? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so ein schlechter Imposter, ey. Oh. Oh, oh. Warte mal. Da waren gerade drei Leute bei Electrical und ich war mit Emily zusammen und einer war in der Mitte. Ich habe nämlich hier diesen Raum angehabt mit den Kameras. In der Mitte war einer und der war dann auf einmal rechts. Lamy, Away und ich waren zusammen in einem Raum. Deswegen muss das dann ja Vitamine gewesen sein, oder? Was? Da ist einer gewendet. Dann war das Vitamine oder Emily. Welche Farbe hast du gesehen? Kann das doch gar nicht sein. Lamy hat mich noch gesaved heute. Ja, Vitamine ist safe, safe. Dann ist das deine Freundin, Lamy. Würdest du deine Freundin verdächtigen? Hä, euer Ernst? Bapo, du warst die ganze Zeit bei mir. Nein, ich war mit Emily zusammen. Die war das. Die hat auf jeden Fall nichts Fasses gemacht. Emily habe ich kein einziges Mal gesehen. Warte, 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 warte. Ich habe auch keinen von euch gesehen. Wenn Bapo Emily safen kann, dann sind Lamy und Vitamine Imposter, die sich gegenseitig safen. Uh. Hä? Aber Vitamine hat diese Aufgabe gemacht. Diese Safe-Aufgabe. Ja, du tust ja nur so. Als wäre er, äh, kein Imposter. Okay, ich weiß nicht so. Ich habe noch diese Tasks mit dem Müll unten. Kommt jetzt alle dahin, okay? Okay, dann zeig mir her. Ich vote Vitamine. Okay. Hey, jetzt niemand. Wir vote die Michelin. Emily ist nicht. Emily ist nicht. Okay, kommt alle nach unten. Okay, Freunde. Natürlich sage ich das Ganze einfach nur, damit A-A-Ray und ich jetzt einfach zwei Leute auf einmal umschnetzeln können. Aber das machen wir erst, oh oh, in 16 Sekunden. Moment mal, Freunde. Ich glaube, ich habe hier was Falsches gemacht. Okay, alle gucken mir jetzt zu. Ich mache jetzt die Aufgabe. So. Ähm. Oh. Oh, oh, Freunde. Ich glaube, das war ein bisschen zu sass, oder? Das war ein bisschen zu sass. Das war ein bisschen zu sass. Oh, oh. Und, komm schon. Ja, ja. Ja. Ey, wie doof seid ihr. Warum geht ihr mit den Killern nach unten? Wie blöd. Ich habe mir auch gerade gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die machen jetzt Double Kill und Ende Gelände. Das war so unabhängig. Deswegen bin ich nach oben gegangen. Das dachte ich auch. Ey, wie blöd könnte das sein. Also, kommt jetzt alle mit nach unten. Und ich war so, oh, jetzt machen sie Double Kill und dann ist Tschüss. Ja. Easy. TG. Aber, Freunde, schreibt jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr öfters Videos sehen wollt von mir und anderen YouTubern, wie wir auch mal andere Spiele spielen, außer Roblox. Und wenn ihr eine Idee habt, welche Spiele wir spielen könnten, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und vorne jetzt könnt ihr links und rechts auf der Seite die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und Tschaui.